Ich bringe auch noch mein Date mit. Die Leute schauen sich prächtig zu haben gesehen. Wir haben eine tolle Beerdigung gemacht. Vielleicht lässt sich meine auch hier ausrichten. Leute, die sich in unserem Badezimmer umkontrieren, bevor zu werden. Hör zu, Christian. Bei deiner Untersuchung sind wir auf gewisse Anomalien gestoßen. Das CT hat... Das heißt? Das heißt, dass ich dich hier behalten muss. Aber mir ist nur ein bisschen schwindelig und die Kopfschmerzen... Ich denke, dass es in den nächsten ein bis zwei Tagen schlimmer wird. Schlimmer? Du wirst sehr starke Kopfschmerzen bekommen. Und dich oft übergeben. Ich werde was? Das ist doch ein Scherz, oder? Christian. Du hast einen Tumor im Gehirn. Ich kann... Ich meine... Es ist sehr ernst. Ich liebe Tempo-Po-Po-Po-Po. Ich liebe Tempo-Po-Po. Auf demy Rs. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR